Hey ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minispiele. Wir spielen heute mal wieder Mario Party mit dabei, liebe Onkel Bobby. Hallo, ich bin hier gerade irgendwo und irgendjemand irgendwie drin. Wir haben uns lange nicht mehr gespielt. Wird mal wieder Zeit. Ich kann mich gar nicht bewegen, Alter. Warum kann ich mich denn nicht bewegen? Und wir fliegen hoch. Jetzt kann ich mich bewegen. Jaaaaaa, ah, ha, 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 ha. Donutsfeld, du wirst drei Filder nach vorne geworfen. Ich bin so ein Feld vor mir. Donutsfeld, du musst drei Filder zurück. Ah, leul. Echt? Was haben wir denn hier? Wettrennen. Ah, wie geht das wieder los hier? Ich habe das noch nie wirklich gespielt, ey. Wettrennen. Ne, einfach laufen. Ah. Ah. Phoenix. Ja, genau. Einmal bitte ins Spinnnetz. Danke. Mein Rennen ist also quasi für ein Puppes. Ihr habt ja alle schneller als ich. Keine Ahnung. Schummelt doch. Ihr habt doch einen. Bei mir lagts übertrieben schon wieder. Ihr habt doch sowas von an. Und ich bin runtergefallen. Oh, ja, ich bin runtergefallen. An derselben Stelle. Runtergefallen. Weiter noch eine Sekunde oder zwei oder vier. Oh, da kommt man eh nicht ohne Schwung rüber. Nee, deswegen nämlich. Ich muss einmal zurück. Das ist der Trick dabei. Ach, als ob. Scheiß Spinnjewebs. Es laggt einfach so übertrieben bei mir. Ja, ich bin ein... Ja, ist gut, ist gut. Lass mich doch bitte einfach los. Das ist doch so fies. Das ist doch so fies. Ihr mögt mich doch alle nicht. Nein! Vor allen Dingen sehe ich die scheiß Dinger auf dem Sand gar nicht richtig. Sorry, Leute, dass das so laggt. Keine Ahnung, woran das wieder liegt. Das hättest du doch eben gar nicht gehabt. Nee, eben überhaupt nicht. Nur jetzt hier. Komisch. Ja. Ach, ja. Runtergefallen. Jetzt fällt er auch noch runter. Warte noch drei Sekunden, bis du wieder ein Spinnnetz gehen kannst. Ja, super. Wegen dem Leck falle ich nochmal runter. Hey, das gibt's nicht. Guck die Folge mal bei mir an, weil mir ist das übelst am Ruckeln. Voll blöd. Aber jedes Mal so, ne? Immer wenn wir irgendwas haben. Ja, toll. Wo bin ich jetzt? Wahrscheinlich 100.000 Star oder sowas. Oh, Mann, ey. Hau doch ab. Mann, ey. War ich hier? Ich hab hier lauter Gaylords, hab ich hier. Nein, nein. Wir sind einfach heute nicht gut drauf. Sechs. Oh, ne sechs hab ich hier drauf. Ja, aber das ist echt komisch, dass die ganze Zeit, also wir spielen ja schon jetzt eine gewisse Zeit. Ja, und jetzt fängt das jetzt an bei mir. Bei der Aufnahme jetzt, ne? Ja. Sonst war das ja nie gewesen. Ne, eben bei den Aufnahmen auch nicht. Voll komisch. Welche Aufnahmen, die haben wir ja gelöscht, deswegen haben wir ja gar nicht aufgenommen. Ja, ja. Wir wollten ja aufnehmen, aber das hat nicht so hingehört. Wir waren so blöd. Ja. Leider. Es wird gespielt. One in the chamber. Schimmer. Und ohne in the chamber. One in the chamber, one in the chamber. Oder wie du kannst. Nee. Ich kann keine töten. Ich bin nämlich so erzogen worden. Ach. Gleich mit dem Bogen. Läuft bei mir. Bei mir leckt es einfach so. Stirb, 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 stirb. Ich bin tot. Ja, du kommst ja immer wieder neu raus. Ich bin trotzdem tot. Ich bin wieder tot. Ja, nochmal. Nein. Oh ja. Alter, jetzt hat es ihm auch geleckt. Da habe ich geschossen. Da stand der Typ in der Luft. Und ich schieße vorbei, weil es einfach hängt. Blitzel XXL. Ja, bitte. Jetzt habe ich Hunger. Danke. Bei mir, ich fernasch dich. Hallo, du blöde Maus. Mann. Willst du das Regge bitte eine Runde? Ja. Rrrrrr. Juhu. Haben wir uns gegenseitig? Arriba. Arri, arri, arriba. Oh, stirb doch bitte. Warum stirb ich hier? Und ich kann so durch die Toppen. Wo denn? Wo bist du denn? Du Olli-Ratte. Ja, mein Gott. Das hängt einfach so. Olli, tu was. Das hängt. Ja, warte. Ich kann dir helfen. Warte mal. Ich kann dir helfen. Warte mal. Warte, ich kann dir helfen. Warte, ich kann dir helfen. Ich helfe dir jetzt. Ja, töte mich. Ja, war ich schon. Jetzt kriege ich doch noch Schluck auf. Ey, das gibt es doch gar nicht. Wer war schuld? Was, bist du auch weggelaufen? Hä? Die schulde ich mir jetzt auch alles zu Ende. Oh, wo war ich denn? Das habe ich gar nicht geguckt. Muss ich denn mal im Schneiden gucken. Dass die alle in diesem ND-Wahnsinn sind, ne? ND. Nice, nice. Ja, aber da siehst du mal, was die Leute für einen Einfluss haben. Weißt du? Einer schreibt was und alle machen es nah. Wieder eine 6. Ja, ich habe eine 5. Eine 5? Deine Message wurde nicht ge... Grund, du wiederholst. Also ich kann es nicht schreiben. Ich habe eine 6. Ich darf nicht schreiben, weil ich wiederhole. Ah, okay. Ist schon okay. Ich bin 11 auf dem 11. und du am 3. Oh, Oli läuft bei dir. Aber nur, weil ich 2 Sechser habe. Läuft bei dir, Onkel Koffi. Ich bin mit dem euren Schnitzel. Es wird gespielt. Freier, feier. Ja, super. Nur spiele ich alle übertrieben. Hasse einfach mal heute. Keine Musikraten oder sowas. Nein. Da wird dann sowas gemacht wie hauen. Oder wie fallen. Keine Haare. Die hängt irgendwie voll verknotet da oben drinnen. Der... Oh, ja. Ich bin überall gelandet, nur nicht da, wo ich sollte. Ja, und bei mir leckt es hier übertrieben wieder. Hä? Irgendwie, wenn ich unten... Hä? Gibt's doch nicht. Wieso falle ich denn nie da hin, wo ich hin soll? Ja, lol. Ah. So, jetzt habe ich es aber gepackt. Ich bin jetzt überall... Ich weiß noch nicht, wo ich hinspringen soll. Läuft nicht. Anscheinend nicht auf die Bahn schienen, ne? Hey. Yeah. Ich bin nicht dran vorbeigekommen. Macht aber gar nichts. Oh, ich hasse dieses Ding, ey. Ich glaube, hier bin ich gar nicht mehr so falsch. Irgendwie schieße ich hier überall dran vorbei. Hier ist ein Hebel. Wenn ich den drücke, explodiert doch bestimmt alles, oder? Wenn das bei mir einfach nicht so lenken würde, ne? Ich kann... Nein! ... diese Springerei einfach nicht. Da muss man doch durchkommen hier. Gibt es denn hier nicht... Oh, Christina. Hallo. Hola, amigo. Na? Na? Na, du? Na, du? Onkel Bobby? Oh, ich habe es gepackt. Ja, lol. Ernsthaft? Ja, ich habe es gepackt. Onkel Bobby. Onkel Bobby. Du, Bob. Onkel Bob. Allein mit Onkel Bob. Ach so, da ist ein Portal. Okay. Wo muss ich hinfallen? Nein, nein, das ist Lava, oder was? Nein, das ist immer ins Wasser, oder? Wie soll ich da hinkommen, Alter? Was ist das denn für ein Witz? Ich höre auf. Leute, nein! Oh, Mähno. Oh, Mähno. Aber man geht da ein GG. Also die Leute, die das schaffen, die verdienen einen Riss. Das ist kein Problem. Das finde ich schon Töfter. Auf meinem Feld ist eine Doris. Eine Doris? Eine Doris. Ich habe immer noch einen Schnitzel. Und ich habe... Eine 5. Eine 4. Darf ich jetzt schreiben? Ja, jetzt darf ich wieder schreiben. Komm mal, wir bauen zusammen ab hier. Mach mal. Zack. Geht nicht, wa? Hm. Wir bauen gerade einen Goldblock ab. Achso. Jetzt bin ich siebte und du sechste. Oh, Bowserfeld. Ich bin alleine. Bowserfeld. Oh, nein. Es gibt es doch nicht. Nicht. Du Tee. Du bist auch so ein Tee. Oh, Tee, Tee. Das ist auch so ein Spiel. Das kann ich überhaupt nicht leiden hier, ne? Wobei, du musst eigentlich nur laufen, aber... Du weißt halt immer nicht, wohin. Komm, los geht es. Vor allen Dingen, wenn es leckt. Ich glaube, so lange habe ich noch nie überlebt bei diesem Spiel. Okay. Ich habe es bisher noch einmal gespielt, von daher kann ich mir da jetzt kein Urteil darüber erlauben. Ah! Okay. Cool. Das hört sich jetzt nach nichts Gutem an. Wo bist du? Lebst du noch? Ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Ich glaube, so lange habe ich aber noch nie überlebt. Noch nie bei diesem Spiel. Oh, jetzt hätte ich Bock auf so ein saures Mau am Dings da. Auf ein saures Kaubonbon. 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 Dann machen wir bitte auch ein saueres Gesicht. So ein richtiges Schweppesgesicht. Ich sehe eh gerade voll komisch aus. Meine Haare hängen hier so heutzutage überall. Ja, sei froh, du hast wenigstens noch welche. Au! Oh! Oh! Bump! Mario Party! Die Schnitzel. Die Schnitzel ist schon wieder da. Ebenfalls doch alleine. Eine Sechs! Nein! Eine Zwei! Ich habe eine Zwei! Ich habe nur eine Zwei. Und ich bin hier am Schaukeln. Ich habe einen Schaukelstuhl. Uh! Schaukel? Ich habe einen Schaukelstuhl. Nächsten Monat kriege ich endlich meinen neuen PC. Mit Schaukelstuhl? Mit Schaukelstuhl. Läuft bei dir. Integriert. Im PC? Ja. Ich bin schon wieder mit dem Schnitzel hier. Was ist denn das? Ich bin wieder mit der Doris. Es wird schon. Musikparty! Au! Na, das geht noch. Was ist ein Wolkenquitz? Da müssen wir quitzen, ne? Quitzen. Unten kommen wir mal Fragen. Da musst du dich über die Goldplatten dahin schießen lassen. Quitzen. Aber auch treffen. Weiß ich. In welchem Biom spawnen keiner? Pilzland, oder? Äh, keine Ahnung. Ne, im Ozean. Ozean, ne? Oh Gott. Schaffe ich das? Äh, im Ozean. Da spawnen ja nur Tintenfische, oder nicht? Ich bin jetzt... Nein! Pilzland! Hätte ich es genommen. Ja, toll. Mensch. Hätte ich mal nicht auf dich gehört, ey. Man entdeckte Kolumbus Amerika. 1492. Richtig? Es hängt, ja. Ich glaube auch, oder? Ui! So, ich bin jetzt mal auf drei. Ich auch. Aber ich bin ja alleine. Sieht gut aus. Bisschen Geschichte muss man können, ne? Zumindest Geschichten erzählen. Welche Länder gehören bislang nicht, was der EU an? Ich weiß, ihr solltet in Norwegen und Schweiz, ne? Norwegen und Schweiz. Es hängt. Norwegen nicht. Oder? Gibt es einen norwegischen Euro? Ich bin auch auf drei gerannt. Ich mach das aber. Glück gehabt. Glück gehabt. Gerade zu der letzten Sekunde. Ich hab das jetzt davon ausgemacht, was für Euro-Dinger ich schon... ...taste. Wann fand die erste Fußball-WM statt? 1928, glaub ich. Hallo? Wieder drei? Wo bin ich? Schaffe ich nicht mehr. Boah, schaffe ich wohl noch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gibt es doch nicht. Nein, das stimmt doch nicht. 30, ne? Oder? Ja. 30, ja. Komm, höre ich auf dich. Zwei Jahre später. Ich bin doch die Sportskanone hier. Aus welchem Land stand Markus? Wer? Persson. Ich laufe einfach durch die Mitte. Drei, Schweden. Lettland. Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal auch nach Lettland. Aber ich glaube, Schwede. Persson war doch Schwede. Ich bin irgendwo hingerannt. Wer ist mein Lieber nach Schweden gegangen? Ich hab's doch gedacht. Frage 6. Wer war der Kommandant der Apollo 11? Louis Armstrong war das? Nein, Neil Armstrong. Ich bin aber nicht so gut. Ich schaff das wieder nicht. Es hängt einfach bei mir. Ich kann kaum laufen. Mein Gott, ey. Ah, ich hab ihn aber noch gekriegt. Den Punkt. Ich hab den Punkt noch gekriegt. Ich hab gerade mal halb so viel wie der Erste. Oder die Erste. Doris und Amanda. Das sind bestimmt Best Friends, weil die so X-Untenstrich haben. Das sind bestimmt zwei Kerle. Pass mal auf. Ja, wir nehmen X da vor. Ich hab ne 6. Ich hab ne 4. Aus Versehen gewürfelt. Hallo, warum würfelst du die ganze Zeit 5 und 6? Das weiß ich nicht. Ich nehm mich mal an der Schulnoten an, die ich damals mal hatte. Tja, und jetzt bist du hier gelandet. Mit mir beim Mario Party Spiel. Ich hab hier gerade so ein Schnitzel im Frauenkostüm. Musik. Party Musik. Party Musik. Party Musik. Party Musik. Party Musik. Party Musik. Replika. Du musst ein Muster bauen. Ein Muster bauen. Das mag ich aber auch nicht so gerne. Wie ich es liebe. Was haben wir denn hier? Abbaum. Ich bin schon wieder viel zu lahm. Geht mir nicht anders. Dann haben wir jetzt zwei frei. Und... Hellgrün oder dunkelgrün? Alter, was ist das denn? Hellgrün. Oh Mann. Alter Schwede, ey. Es hängt! Ich wär schon längst fertig, wenn das nicht so lang würde. Und ich jeden Stein fast doppelt setzen würde. So, wo ist mein Fehler? Mann. So, dann muss ich noch überall blau hinmachen. Mann, ich hab irgendwo einen Fehler im System, Olli. Ich auch, aber ich weiß nicht wo. Ich auch nicht. Ah. Äh? Ach, okay. Oh, da hat einer neu. War noch nicht? Ah, jetzt hab ich. So? Ich bin Runde zwei. Ich bin dann seit wahrscheinlich alle schon fertig. Oh, nee. Das hängt einfach so ekelhaft, das ist nicht normal. Das kann niemals stimmen, was ich hier mache, oder? Das weiß ich nicht. So, ich hab ein rotes M. Alter Schwede, ey. Da ist schon einer fertig. Puh, ich bin bei Runde drei. Noch einer fertig. Nein. Toll, ey. Ich war schon bei Runde drei. Die Hälfte von Runde drei hab ich geschafft, ey. Olli, heute ist nicht unser Tag. Ne, es hat echt nicht sein sollen. Ich hab ne vier. Oh, und das war für dich auch nur ne eins. Oh Mann, oh. Oh ne, oh ne vier. Guck mal, beide schön Bilder. Wenn immer mehr Bilder. Wenn immer mehr Bilder. Das ganze Wand ist schon voll. Noch fünf Bilder bis zum Ziel. Du? Ja. Oh. Oh. Wie langweilig. Das ist ja voll blöd. Von uns hat keiner gewonnen. Wollen wir auch noch ne Runde spielen? Ne, ich würde sagen, für die Aufnahme war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Der Onkel Poppy, der Olli ist wie immer unten verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.